Oh Okay, da kommt Eins, was er nicht gemeint hat Kannst du jetzt her oder nicht? Ich glaube, der spuckt gleich, oder? Jetzt kommt er Wow, ist der schmuck Okay, der war jetzt okay Sogar in Edan bist du ein gesuchter Mann So wichtig bin ich nicht Nur weil du bei Mason ein Steckbrief von mir gefunden hast, heißt das noch lange nichts Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will Gibt es da noch etwas, was du mir sagen willst? Ich habe im Moment nichts Neues Aber vielleicht fällt mir noch etwas ein Wenn das so ist, dann sage ich dir Bescheid Aber vielen Dank erstmal Wenn du so weitermachst, besteht für mich ja vielleicht doch noch Hoffnung Okay Okay Wenn du das sagst So, hier sollen jetzt diese komischen Viecher sein, ja? Oh Gott, ey Das Biest kaufe ich mir Ja, das will ich sehen Tja Du musst mir schon helfen Ja, genau so Hauen kaputt, Junge Ja Ja, nochmal Komm Oh, hoch Jawoll Einer ist tot Und da kommen Oh, da kommen ganz viele Hoey Haut ruf Ähm Wie soll man denn bitte drei töten? Aua Aua Ray macht gerade wieder gar nichts, der Vollidiot Ich werde jetzt sterben Ja, Ray, du bist so ein Honk Also sorry, das haben sie irgendwie ein bisschen komisch gemacht Ab wann gedenkt er denn mal anzugreifen? So ein Nasenbär, ey Ach, Ray Erstmal was trinken Ist jetzt wenigstens der eine tot? Ne, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich auch der erledigt, wa? Aber wie? Ähm Also Pfeil und Bogen ist für den Arsch Handgranate Habe ich zwei Stück, ne? Das hat jetzt auch nicht die Wucht So, jetzt ist hier drüben wieder das Vieh, genau Naja, komm Naja, komm Ah ja, genau Ja, dann greif halt auch mal an Das geht auch Bis er halt mal, bis er halt mal angreift Oh, hier hinten ist auch so ein komisches Vieh Oh Hier ist noch so einer So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Denn einer geht, ne? Einer alleine geht Aber mehrere nicht Habe ich jetzt überhaupt jemanden Schaden gemacht? Ne, ne? Ich hab Angst Hilfe Huiiii Wie? Kriegen wir diese Viecher unter Kontrolle? Erstmal sammeln Das blöde Oh nein, nicht jetzt reden, alter Bist du denn dumm? Und da kommt wieder einer Und die anderen auch Huuuuhu Wie soll man... Also irgendwas mache ich in dem Spiel glaube ich falsch Alter, das ist doch auch schon wieder auf dem Profi Alter, das sind uns alle auf dem Fersen Haut doch nebenbei einsammeln, ne? Das geht immer Scheiße Wie soll man die besiegen? Mit Pfeil und Bogen wird das auf jeden Fall nichts Ja klar, jetzt renn halt auch noch weg, du Arsch Bleib mal stehen Ich kümmere mich davon Oh Aua Du bist ja doof Das macht ja wenigstens ein bisschen Schaden Weil die halten ja mächtig aus, äh Komm, mach'se platt Na weiter Die sind noch nicht tot Das Biest kauf ich mir Ja genau Das muss nochmal tot sein Das eine ist tot, und das da jetzt, ne? Ich kann ihn auch nicht drauf anweisen irgendwie, ne? Das Biest kauf ich mir Ja genau Und drauf Solche Waffen würde ich auch haben Komm, weiter Und meine schönen Pfeile So nicht, Freundchen Und zack Komm, weiter drauf Nur ein Schuss oder zwei vielleicht Jawoll Okay Oh, sch- Shit Komm, greif an Voll die Bobo-Technik hier Greif das mal an Ray Wo ist ein anderer Tote hier? Vielleicht auch hier irgendwo Au, au, au Fuck Fuck, Alter Wo kam er denn jetzt her? Da Du warst das doch, oder? Er hilft mir halt aber auch nicht mehr Schieß da mal wieder drauf, lass fliehen Los, komm her Los, komm her Jetzt kommt's her Ja Komm, greif an Oh, jetzt hat er ihn getroffen Oh, jetzt hat er ihn getroffen Das Biest Warum hab ich Schaden bekommen? Dann greift er da an Jawoll Alter Da gibt's noch einen Rudelführer Das ist, wo der Obergangster dann hat Oh, das, oh ja Ich kann ihn aber auch nicht irgendwie anweisen, hier greif an Magie gibt's halt auch, aber was kann ich damit anfangen? Ich hab' ein bisschen Angst, dass die vier mich gleich angreifen, außen nichts heraus Ach, ey, ist das kacke Wie machen wir das jetzt am dummsten? Jetzt krieg' ich auch noch dadurch Schaden, ist klar Oh, die haben uns beide gesehen Okay Da kommt's erstmal angerannt, ja Erstmal hier hochgehen Eigentlich dürfte er nicht hochkommen, ne? Komm, schieß wieder von hier oben drauf Guck mal, wo geh' ich noch mit die Haltrinke her? Hm Jetzt sind Fähigkeiten, Rüstung Gegenstände Okay Okay Lost Eden hier So So Ich esse noch mal was So, und wie machen wir den jetzt? Obwohl den kömm... Oh, den Ist aber schnell hier drin gewesen So, komm, ey Du hast ne Waffe, alter Fack, Alter Fack, Alter Wo ist er denn? Ach da Ich muss weg Die Steckrad Was steht's da oben? Äh, wo ist es? Oh, da ist es! Verschissener Bastard! Ganz schlechte Ahnung, da neben Äh... Äh... Ich hab doch was getrunken, hab ich irgendwas Falsches getrunken? Shit! Jetzt sind bestimmt wieder alle am Leben, oder? Äh... Jetzt greift er an, der Depp Ich hab grad wieder das Gefühl, jetzt hab ich nur Missionen, wo ich keine Chance habe Also... Äh... So, das brauchen wir bestimmt wieder... Ganz woanders Ne, warte mal, das... Äh, das Leben wieder... Leben wieder alle? Ne, alle nicht, ne? Ach, Ficken! Bei den Viechern weißt du nicht, wann du ausweichen musst Scheiß, Dreck! Was soll ich denn sonst für eine Mission machen? Ich will ja auf jeden Fall weg! Wir hauen jetzt erstmal wieder hier ab! Gucken aber, ob in der Stadt irgendwas geht Weil dat ist mir ein bisschen zu gefährlich und irgendwie auch ein bisschen arschlos, auf Deutsch gesagt Die Berserker-Stadt! Ich war hier einmal! Ich hab's gehasst! Hoffentlich erkennt mich niemand! Äh... Was macht ihr da? Hä? Der fehlende Mann, äh... Ja, dazu brauche ich ja... Warte mal, Hauptmissung bringt mir nichts! Kann ich hier was markieren? Äh... 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 Okay, hier komm ich jetzt nicht so leicht hin, hier haben wir ja keinen Teleport, das ist jetzt auch wieder kacke! Äh... 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 Ja, das haben wir ja einen jetzt... Das haben wir ja so leicht... Schaffen wir das vielleicht... Ach ne, das ist... Ne, wir probieren jetzt das nochmal... Was heißt nochmal? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal probiert... Also probiert haben wir es glaube ich noch nicht, aber... Äh... Äh... Ach ne, da waren ja hier die zwei... Ach scheiße! Das ist ja mit den Alps, was sie... Aber da haben wir ja keine Chance! Ich schätze, hier passen wir besser auf! Die Gena sind mir unheimlich! Lass uns verschwinden! Okay... Oh, da unten ist so ein... Dieses komische Robotervieh... Und da unten sollen wir hin? Bitte was? Zu dem Roboterding soll ich hin! Sonst geht es euch aber gut, oder wie? Was? Das hat das Vieh gesehen? Alles klar! Die sind auch saustark, die Viecher glaube ich! Rottenmulch... Ne, Rotmulch! Hey, hey, hey! Da kommen wir eben auch mal auch was! Nein! Nein! Okay! Den haben wir getötet? Aber wie soll man denn... Der hat da unten seine Waffe verloren! Bei dem... komischen Ding da unten! Herzlichen Glückwunsch! Kümmer dich doch um deinen eigenen Scheiß! Äh... Wo ist denn das? Das ist natürlich wieder da unten! Aber wenn wir hier unten hängen gehen, sind wir tot! Sagt ihr jetzt schon! Siehste? Was sag ich da? Oh shit! Jetzt kommen auch die anderen hier, ne? Scheiße! Hier stehen noch die zwei Typen! Ja, beenden! Und dann rennen! Ja, beenden! Oh, schnell weg! Bin ich jetzt alleine? Aua! Schnell weg! Lauf! Lauf um dein Leben! Nein! Ah, Horga's... Äh... Ray ist auch wieder da! Ich weiß immer noch nicht, warum ich das für 200... Äh... Erfahrungen bekommen habe! War ja beim letzten Mal aus oder bin ich ja wirklich gestorben? Aber jetzt lebe ich noch! Na? Aber jetzt lebe ich noch! Ja! 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 Ja!